Der Männer mit dem Afrikameister und drüchten der europäischen Spiele Mkupulo und Kabezi aus Botswana auf Bahn 3. Er geht bereits in Führung. Weiter bei Alexander Köber ist geschönt. Nach dem Stürmengolf aus den Niederlanden Blutlindenport aus Großbritannien Michael Kugay gestauten und Florian Rönig. Als Erster aus der Ziegelade Mkupulo und Kabezi, fünf der der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro und hier in Eierungen Sieger in 46,31.